Willkommen bei Georg Fischer Piping Systems. Komfort und Hygiene, Geborgenheit und Sicherheit, ganz besonders wichtig in Ihrem Zuhause. Wir bieten Rohrleitungssysteme für Kalt- und Warmwasser, Heizung und Gas. Unsere Verkaufsgesellschaften und Vertretungen sichern die aktive Kundenbetreuung weltweit in über 100 Ländern. Nutzen Sie unser Know-how und unsere jahrzehntelange Erfahrung. Mit unserem Installationssystem für die Heizung erhalten Sie komplette Lösungen. Alu-Klima für die Fußbodenheizung. Ein langlebiges und installationsfreundliches System mit besten thermischen und akustischen Eigenschaften. Selbstverständlich sorgen wir auch in der Heizkörperanbindung für eine sichere Installation. Für die Gasinstallation bietet Alopex Gas die gewünschte Sicherheit. Wir schaffen Sicherheit und Vertrauen dank o-ringfreier Verbindungstechnik. Sicherheit und Vertrauen schaffen wir auch durch Perfektion und Erfahrung. Der Tempergus-Fitting ist seit 1864 eine Erfolgsgeschichte. Er wird noch heute in vielen Gasinstallationen als bevorzugte Lösung eingesetzt. Für Ihre Trinkwasserinstallation empfehlen wir vom Einfamilienhaus bis zum Großprojekt unser echtes Vollkunststoffsystem Instaflex aus dem Hochleistungskunststoff Polybuten. Instaflex zeichnet sich aus durch einen großen Dimensionsbereich von D16 bis D225, kostengünstige und zeitsparende Vorfertigung in der Werkstatt, schnelle und baustellengerechte Installation durch die Elektroschweißtechnik. Das Wasser fließt durch ein absolut korrosionsfreies Rohrleitungssystem ohne Kalkablagerungen. Für Sanitär und Heizung wurde das innovative Steckfitting-System iFit entwickelt. Noch nie wurden Verbund- und Polybutenrohre im Dimensionsbereich D16 bis D32 so einfach, schnell und sicher verlinkt. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen können durch die Modultechnologie über 50% Sortimentsteile eingespart werden. Ihre Vorteile auf einen Blick. Komfort, Umweltfreundlichkeit. Montagefreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit. Sicherheit. Langlebigkeit. Alles aus einer Hand. Beratung vor Ort in Ihrer Nähe und das weltweit. Adding quality to people's lives. GF Piping Systems. 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 GF Piping Systems.